Der Mann hatte in Begleitung von zwei Justizbeamten seine Mutter in Neukölln besucht, als er verschwand. Wie er entkommen konnte, werde untersucht. Der Straftäter war wegen Körperverletzung und Vergewaltigung zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Nach Verbüßung der Strafe im Jahr 2015 saß er in der Sicherungsverwahrung in der Justizvollzugsanstalt Tegel. Bei 42 bisherigen Ausgängen habe es keine Beanstandungen gegeben, hieß es. Alexa, Wetter. In Berlin beträgt die Temperatur 17 Grad Celsius bei bewölktem Himmel. Heute höchstwahrscheinlich Regenschauer mit einer Höchsttemperatur von 19 Grad und einer Tiefstemperatur von 12 Grad. Auch schön. Alexa, Wetter für morgen. Morgen gibt es in Berlin Regenschauer mit einer Höchsttemperatur von 18 Grad Celsius und einer Tiefstemperatur von 12 Grad. Alexa, Spruch des Tages. Hier ist der Spruch des Tages für den 1. Juli von May West. Man lebt nur einmal, aber wenn man es richtig macht, ist einmal genug. Sehr schön. Und ich wünsche euch einen zauberhaften Montag. Kommt gesund durch den Irrsinn. Passt auf euch auf. Salü hier aus Berlin.